Papa, Papa, krieg ich ein Eis? Bring dein eigenes Geld mit, du kannst deinen eigenen Quatsch kaufen. Der hat mir gerade noch gewählt. Hallo Herbert. Hallo Thorsten. Na, und alles alleine hier? Ja, ich bin auch da. Wir wollen weiter. Wir wollen weiter. Ja, ach, der ist ja aufgeweckt. Die zwei Erwachsene sind in der Heizung. Ah, Papa, Papa, ich will endlich weiter. Los, los, los. Ich will los, ich will los. Hör doch endlich auf zu nerven. Bam, bam. Ja, und? Hast du schon gehört? Ich bin so doof. Hey, Kleiner. Was ist denn das Kühlregal? Äh, äh, weiß ich auch nicht. Ich wollte auch ein Eis. Da hinten? Aber Papa, hast du gesehen? Da ist ein Kühlschrank. Da war ein Kühlschrank. Da war ein Kühlschrank. Doch, doch. Ich habe immer diese Fantasie-Geschichte. Wie ist deine Fantasie-Freunde von Witten? Vielen Dank übrigens für den Tipp. Sachen gibt's, das gibt's ja gar nicht.